WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah, loslassen! Schön, von mir aus, aber es wird niemand hören. Wir unterbrechen diesen Song für eine wichtige Mitteilung. In unserer Mitte ist ein Eindringling. Die Krokodile haben einen Spion ins Land gebracht. Der Mann tarnt sich als Gesundheitskommissar. Er ist hier, um unsere Brunnen zu vergiften. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssten diesen Spion aufhalten. Sofort! Sein SUV ist auf dem Highway südlich von Velegol. Er darf die Wüste nicht erreichen. Ihre Nachricht wurde verlesen. Jetzt raus! So, sorry, ich musste gerade... Was? Was? Hm, wo geht's jetzt hin? Was sollen wir denn eigentlich machen? Den Generator... Zerstören. Gut, dann sollten wir da mal... ...ein bisschen Abstand gewinnen, ne? Ja, hier so parken ist ungefähr gut. Dann können wir da hinten irgendwo abdüsen. Boah, ja... Unser Unterschlüpferm endlich wieder Munition. Und... Sag dir, mein Freund, ich hab die Bekanntmachung gehört. Erstklassige Arbeit. Jetzt bin ich dran bis bald. So... Warte, wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Aber wobei das geht. Mal gucken, ob wir jetzt ordentlich hinkommen. Dann machen wir jetzt die scheiß Karte aus dem Gesicht. Mann. So, meine Karre von... Ja, das steht da noch. Ja, da war die wieder. Aber das ist kein Problem. Boah, so schön, ey, dass wir so einen Unterschlüpfer jetzt wieder Munition haben. Das ist da vorne nicht. Okay. 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 Das ist unser Freund. auf dem wir halt geschossen haben. Oh, ne, warte mal. Das ist unser Freund, auf dem wir halt geschossen haben. Okay. Ja, ja. Ich weiß. Oh. Ja, ja. Ja. Sieh! Beziehungen zu Haka haben Hakim verbessert. Das war cool, Alter. Ja, aber ehren sich selbst dann, oder? So, jetzt müssen wir gucken. So, nehmen wir uns das Rest mal Waffenhändler. Brauchen wir denn jetzt unbedingt zum Waffenhändler? Ich befürchte nein, aber wir fahren trotzdem hin. Okay, falsche Taste. Um noch mal alles auf dem Laufenden zu bringen. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Stadt. Falls wir da hin können. Sollten wir aber. Ja. So, das heißt. Gehen wir einfach mal rein. Neue Waffe. Neue Waffe, Flammenwerfer haben wir auch nicht so oft benutzt. Und da ist auch alles gut. Jetzt. Nehmen wir vorsichtshalber die Kabel hier. Falls wir uns unterwegs verteidigen müssen. Und er wird grad nebenbei voll schlecht. Ich weiß auch nicht warum. Also falls ich ins Mikrofon kotze, tut mir schon mal furchtbar leid. Naja. Entkommen das ist die nicht. Naja. Wenn ich auch nicht hinkommen lasse. Deine Mutter. Waffe. 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 So, dann war unsere Vorfolger auch schon mal losgeworden. Ja, dieser schöne Sonnenaufgang oder Untergang. Oder was das doch auch gerade ist. Ich glaube, die geht unter, kann das sein. Ja, die Sonne geht unter. Ja, schöner Sonnenuntergang. Ach ja, so episch. Und weg ist die Sonne. Ah ja. Was hätten wir denn drauf gehabt? Ah, einen Granatwerfer, okay. So, gehen wir mal hin. Ich muss sagen, ich habe die Mission jetzt relativ gut abgeschlossen und es ist so schwierig. Samstagmorgen und ich fühle mich wie ausgekotzt. Ah, Tag, Vater. Ja, irgendwie, ich glaube, ich werde jetzt immer so in diesen Wagen einsteigen. Ja, irgendwie, ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr so in diesen Wagen einsteigen. Ich finde schon einen Moment. Hey, ich habe vielleicht was für Sie. Kein Auftrag von Major von Bosse heute, aber vielleicht habe ich ja was. Ach so, jetzt kriege ich dann Sie schon Aufträge. Die NFL hält jemanden in der Brauerei gefangen. Keine Ahnung wen, aber von hier ist er nicht. Er könnte wichtig sein. Weil das ist mir erzählt, jetzt erzähle ich es Ihnen. Der Brauerei, okay, wo ist die Brauerei? Mal sehen, können wir da mit Bote hinfahren. Ja, ich bin glückte Opfer. So. Fahren wir wieder runter und ich hoffe mal, aber ich denke mal, dass da ein Boot ist. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, aber... Nur so theoretisch sollte da ja eins sein. Das Boot ist mir etwas groß. Dann gibt es auch etwas Kleineres. Mobileres, damit ich mich auch verteidigen könnte. Ja, Sigi natürlich nicht. Wobei, da hat da jetzt auch eine Wumme drauf. Dann nehmen wir halt etwas Größeres mit einer Wumme. Ja, naja, wird schon gehen. Ähm, ja. Wieso muss ich eigentlich jemanden retten? Wieso muss ich nicht mal wissen, wen wir da retten? Ja, könnte wichtig sein. Bla bla bla. Gut, dass ich mit einem unuffällig kleinen Boot jetzt erstmal hier ganz gemütlich über den Seeschipper. Bin ja gespannt, wer mich als erstes entdeckt. Beziehungsweise ich bin so ein einfaches Ziel. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Alter, genau. Oh, Mann, ey. Lass mich warten, ich habe die Mission auch nicht angenommen. Natürlich nicht. Oh, Mann, ey. Das Spiel ist doch scheiße. Ich hätte mir auch denken können, dass es so endet. Ich habe auch gewusst, dass es so endet, aber trotzdem. Mann. Da war ich, dass ich mal richtig so. Oh, Spaß, ey. Ich bin schon ein Moment. Ja. Ich habe vielleicht was für Sie. Dein Auftrag von Major Tom Bossero. Ja, ja, gehen Sie. Oh, fick dich. Geht doch. Muss nie sitzen. Oder? Hinten Sie mich! Ah. Oh Gott. Ah. Ah, hat das gezogen. Au. Alter. Gott, da sind dabei so in meiner Nase. Ah. So, dasselbe nochmal. Noch ein bisschen taktischer. Und dass wir auf der einen kleinen Insel eine kleine Pause machen. Um alle wegzusnipen, die uns böses Lulu machen wollen. Ist das nicht ein toller Plan? Ja, es ist kein toller Plan. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Weck, weg, 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 weg. die sind jetzt gerade weg heißt wir schleichen uns jetzt erst mal auf diese kleinere hinsehe um kurz was da oben alles abgeht da nicht so viel aber dazu viel oof Was ist das? ja das ist ein spät zu nehmen hier ich wollte gerade sagen hier drin bin ich heilig sicher ja es geht hier mir alle ein bisschen auf die nüsse aber nur so ein bisschen okay ich werde mich ganz heilen durch sehr passende augenblick ich habe fast einen koffer vorbei wotter fack wüsste dennoch gerne von wem da hin nimm Buschmann da hin mal geil so das muss gerade aus also vielleicht eher das hier ja ich guck bin euch aber erstmal spritzen dann erst mal speichern so sehr schön dann können wir ja dann n zurück in die city eine normale Mission an nehmen ein krampferlein das sogar unser boot und unser boot weißt das ist so gut da 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 dann dann Vielen Dank.